Kuh wie Qualle Kuh wie Quitte Kuh wie Quark und Kuh wie Quadrat Kuh wie Qualm und Kuh wie Quelle Kuh wie Qualle, Kuh wie Quart Kuh wie Quaseltante Kuh wie Quitte Kuh wie Quark und Kuh wie Quadrat Kuh wie Qualm und Kuh wie Quelle Kuh, 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 kuh. Jetzt kennt ihr das Kuh. Oh je, das war zu schnell. Fangen wir noch mal von vorne an. Liebe Kinder, kennt ihr schon den Buchstaben Kuh? Kuh wie Qualle, Kuh wie Quart, Kuh wie Quasseltante, Kuh wie Quitte. Kuh wie Quark und Kuh wie Quadrat, Kuh wie Qualm und Kuh wie Quelle. Kuh wie Qualle, Kuh wie Quart, Kuh wie Quasseltante, Kuh wie Quitte. Kuh wie Quark und Kuh wie Quadrat, Kuh wie Qualm und Kuh wie Quelle. Kuh, 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 jetzt kennt ihr das Kuh. Das war richtig toll. Hat es euch auch Spaß gemacht? Kuh, 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 Kuh. Das war richtig toll.